Diesen Sonntag ist europaweiter Aktionstag. Wir bringen den Protest gegen Upload-Filter und Leistungsschutzrecht auf die Straße. In zwei Wochen stimmt das Europaparlament über die Urheberrechtsreform ab und deshalb treffen wir uns am Sonntag in Berlin um 15 Uhr vorm Brandenburger Tor, um gegen Pläne zu demonstrieren, die die Internetfreiheit empfindlich einschränken würden. Wenn du selber nicht in Berlin sein kannst, kannst du auf saveyourinternet.today schauen, ob es auch in deiner Stadt einen Protest gibt. Oder wenn das nicht der Fall ist, kannst du auf Facebook oder Twitter eine Nachricht verschicken, am besten ein Selfie mit der Nachricht saveyourinternet und den Hashtags oneofonemillion und notabot, um zu zeigen, es sind viele Menschen in ganz Europa, die hinter diesem Protest stehen.